Pass auf dich auf! In den Aufgaben der Erinnerung des Vergessens geht es um schwierige Emotionen und Themen wie Traurigkeit, Einsamkeit und Wut. Wenn du nicht in der Lage bist, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, solltest du in dein Dorf zurückkehren, bist du dich bereit fühlst, dich ihnen zu stellen. Wofür du dich auch entscheidest, die gute Fee wird dir zur Seite stehen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Es tut mir wirklich leid für alle, die so sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass es weitergeht. Ich habe es teilweise verschwitzt, muss ich sagen, am Anfang oder am Ende dann auch noch und teilweise hatte ich einfach viel zu viel um die Ohren. Zum einen privat viel zu viel zu tun. Ja, natürlich, sobald du irgendwas erklären willst, kommt wieder einer und ist hier am Singen. Ja, wie gesagt, ich hatte privat sehr viel zu tun im Moment und jetzt sind auch noch die Sommerferien. Da habe ich ohnehin sehr viel weniger Zeit, als ich normalerweise aufwenden kann, weil da irgendwie dieser ganze Haushalt durcheinander gerät. Also dieser ganze Planungshaushalt, den ich sonst habe, weil ich habe sonst meine festen Zeiten, wann ich aufnehmen kann. Die starten mich hier so komisch an, das macht mich so nervös. Ich habe sonst meine festen Zeiten, wo ich halt eben aufnehmen kann. Und ja, gerade dann läuft natürlich alles so ein bisschen durcheinander. Und wie gesagt, also es tut mir wirklich leid. Stimmt, die zwei Aliens müssen wir auch noch suchen. Die haben wir auch immer noch nicht gefunden. Oh mein Gott, ich habe jetzt noch so viel zu tun. Ich merke das schon. Dann kam ich nicht rein. Ich wollte eigentlich aufnehmen. Allerdings jetzt nur für heute. Ich wollte eigentlich aufnehmen, aber das Update kam ja dazwischen. Das heißt, ich musste jetzt erst mal warten, bis das Update dann durch war und so weiter. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, warten wir erst mal, bis das Update komplett draußen ist, weil ich wollte gestern eigentlich schon aufgenommen haben. Dann habe ich gedacht, okay, es ist eigentlich Blödsinn, weil wir können direkt das Update mit dazu nehmen. Und das kam halt leider erst heute raus. Übrigens kleiner Hinweis am Rande. Die Sims 4 Pferde-Wrench, sobald ich mir sie denn endlich holen kann, ich hoffe zum Ersten, werde ich natürlich auch noch hier auf dem Channel präsentieren und soweit man das so nennen kann, durchspielen. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, ich weiß nicht, was die beiden jetzt gerade von mir vorhin, aber die stehen hier irgendwie so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wir sind im Spiel und ich bin gerade am überlegen. Bei meinem Glück kann ich wahrscheinlich mit meiner Aufgabe gar nicht weitermachen. Wo ist sie denn überhaupt? Achso, doch, da ist die gute Fee. Weil ich die gute Fee noch nicht gelevelt habe. Ich muss mal eben schauen. Nächste Aufgabe ist gesperrt. Ja, ich habe es geahnt. Die gute Fee, die gute Fee. Hallo, Kind. Wie geht es dir, meine Liebe? Ich würde gerne etwas für dich haben, aber ich habe nichts für dich. Aber wir gucken mal eben. Lila farbenes Sumpfmilchkraut und marinierter Hering. Lila farbenes Sumpfmilchkraut, Minzbondon und marinierter Hering. Ich werde das gleich wieder vergessen. Ich laufe auch schon wieder in die falsche Richtung. Lila farbenes Sumpfmilchkraut. Damit fangen wir erst mal an. Vielleicht haben wir Glück. Jetzt habe ich mich vor meiner eigenen Puppe hier erschrocken. Die hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge erst reingestellt. Lila farbenes Sumpfmilchkraut. Das sah anders aus. Das war die Hortensie. Das war übrigens auch lila farben und nicht da ist einmal was. So, Moment. Da machen wir jetzt eins von rein. Oh, Moment. Minzbondon habe ich sogar noch. Jetzt habe ich vergessen, was das dritte war. Es war ja wieder so. Klar. Mist. Ähm. Sammlung Charaktere. Kurz gucken. Übrigens, ich freue mich auch sehr, sehr auf Vanillope. Ähm. Wer mich nicht alles täuscht, war das ja die von Ralf Reichts, glaube ich. Ich steinige mich nicht, wenn ich jetzt gerade was Falsches sage. Marinierter Hering. Das war das, was wir noch hatten. Die haben aber, glaube ich, nicht mehr. Ne, haben wir nicht mehr hier drin. Dann versuchen wir sie mal, äh, so zu leveln. Marinierter Hering. Habe ich auch, denke ich mal, nirgendwo im Dings drin, ne? Ähm. Es ist wieder alles so total durcheinander. Ich weiß, das hat sicher irgendwo so eine Art, äh, Reihenfolge. Aber ich habe die noch nicht gefunden. Also, ich tippe mal drauf. Obwohl eigentlich ein marinierter Hering müsste, müsste jetzt theoretisch hier beim Sushi und so sein. Und da ist er jetzt auch wieder nicht. Also, ich weiß nicht. Das sind so die Sachen, die ich niemals verstehen werde. Ich möchte endlich eine... Da ist er doch. Ich möchte endlich eine, äh, äh, nicht Sortierfunktion, sondern, ähm... Ja. Eine Suchfunktion. So. Möchte ich endlich haben, damit wir die Sachen suchen können. Damit wir nicht immer so da stehen und sagen, irgendwo habe ich das Rezept. Ich weiß noch nicht, wo. Gut. Jetzt gehen wir erstmal wieder auf Suche, wo denn die gute Fee ist. Weil die wird bestimmt nicht bei uns geblieben sein. Ah, die versucht sich jetzt aus dem Staub zu machen. Ich versuche sie mal... Ich versuche hier mal den Weg abzuschneiden. Die sollte theoretisch jetzt gleich hier runterkommen. Jetzt hat die sich nicht gedreht, oder? Die ist doch bestimmt jetzt woanders hingeportet, oder so. Ah. Gute Fee. Oh, du bist eine böse gute Fee. Bleibst du hier? Ich habe dich gesehen. Bleib stehen. Halt, stopp. Boah, wie schnell läuft die? Vergiss nie. Auch Wunder brauchen ihre Zeit. Ja, ja. Lass mich mit dir reden. Ich kann nicht mit dir reden, wenn die hier steht. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Hallo? Du liebe gute Fee. Du bist echt böse heute. Hallo? Hallo, Kind. Das ist ja schlimm heute. So, ich habe was für dich. Genau, wir haben einmal den Hering. So, bitteschön. Meine Liebe, wie außerordentlich nett von dir. Oh. Oh. Du kannst nicht sehen, was mit mir passiert, weil ich stecke zwischen Stein und Baum. So, die... Achso, ja, kümmern wir noch nicht. Kümmern wir erst ab drei, oder? Oder ist das... Hallo? Oder ist das jetzt gerade verpackt? Oder ich muss einfach nur draufdrücken. Das kann natürlich auch sein. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Panik aktuell, weil bei mir im Moment sehr vieles verpackt ist. Es gibt Spiele, wo ich ständig wieder neue Bugs drin habe und immer wieder Panik kriege, dass woanders plötzlich auch ein Bug auftaucht. Gartenarbeit natürlich, ja. Es ist ja auch eigentlich logisch bei so einer guten Fee, ne? Gut, da bist du ja. Meine Liebe, hast du Zeit, um mit mir über das vergessene Land zu sprechen? Eigentlich nicht. Ich wollte dir was geben, aber gut, dann sprechen wir erst und dann gebe ich dir was. Natürlich. Sehr gut. Glaubst du, dass es ein kummervoller Ort ist? Äh, das vergessene Land. Achso, äh... Ich bekomme davon Albträume. Naja, ich liebe die Atmosphäre dort. Naja, gut. Ich meine, unten sieht es ja schön aus, ne? Ähm... Ich liebe die Atmosphäre. Naja, ja. Eigentlich keins von denen. Albträume bekomme ich auch nicht, aber... Ich sag mal, ich liebe die Atmosphäre. Ach, genau wie ich. Wunderbar. Aber ich fürchte, dass viele Dorfbewohner das leider anders sehen. Ich glaube, das könnte an den vielen kleinen... Oh, Feuern liegen. Ja, 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 ja. Was geht hier durch den Kopf? Ich denke seit einer Weile darüber nach und ich glaube, dass zwei Zauberer hier am hilfreichsten wären. Und wir haben Glück. Denn mit Merlin gibt es hier einen zweiten, sehr talentierten Zauberer. Sollen wir ihn um Hilfe bitten, mein Lieber? Du warst ja so hilfsbereit. Hallo? Bleib stehen! Bleib stehen! Nein! Bleib stehen! Ja, ich muss das als aktive Aufgabe nicht... Lauf doch nie weg! Stopp! Na, wen haben wir denn da? Ich will dir doch noch was geben, damit du levelst, du alte Funz. Nein, du liebe alte Fee, meine ich natürlich. Normalerweise bin ich jetzt die Geschenke verteilt. Nicht weglaufen, Merlin, wir brauchen dich noch... Heute ist alles ein bisschen durcheinander. Nein! Ach nein, jetzt kommt doch nicht... Fangt doch nicht an! Ah, meine liebe alte Freundin, wie schön es ist, dich zu sehen. Diese ganzen Verdrießlichkeiten mit dem Vergessenen bedeutet, dass wir uns schon viel zu lange nicht mehr bei einem Tee unterhalten haben. Oh, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Ah, zwischen den beiden Läufern, so, so, ja, ja, das habe ich damals schon gedacht. Aber warum waren wir dann... Oh ja, ich fürchte, das ist kein Freundschaftsbesuch, Merlin. Gameplayerin ist mit mir auf einer Mission. Wir suchen nach einer Möglichkeit, die Feuer im vergessenen Land zu löschen. Ja, die stören! In der Tat, eine fleißige Mission. Ich habe selbst versucht, dieses Problem zu lösen, aber ich fürchte, es ist ein schwieriges Unterfangen. Keine meiner Experimente hat den gewünschten Erfolg gebracht. Dafür bin ich hier, mein Lieber. Zusammen werden wir der Lösung schon auf die Schliche kommen. Oh, ich fürchte, weder du noch ich können hier etwas ausrichten. Was wir brauchen, ist Dreamlight-Magie. Aber natürlich! Also kann nur Gameplayerin uns weiterhelfen. Vielen Dank, Merlin. Wir machen uns auf den Weg. Aber wir müssen uns unbedingt bald wieder auf eine Tasse Tee treffen. Ja, bleib stehen! Hallo, Kind! Ich habe gute und schlechte Nachrichten, Gameplayerin. Es ist uns gelungen, eine Lösung zu finden, für das ganz und gar unsägliche Feuer zu binden. Doch im Kampf gegen die Flammen bestehen wir nur zusammen. Ziehe deine Dreamlight-Magie zu Rate. Wenn ich meine herrschaftliche Gießkanne verzaubere, sollte es klappen. Ähm, lass es uns gemeinsam herausfinden. Oh! Das ist fantastisch, meine Liebe! Einfach fantastisch! Okay, hm, mal sehen. Vielleicht können wir Tomalin gegen die grüne Farbe des Feuers einsetzen. War das grüne Farbe? Ich denke, die waren... Na, egal. Äh, und das Ganze mit ein paar Schneebällen abkühlen. Mit Traumscherben wird der Zauber aktiv. Und mit lila Springkraut geht sich ja nichts schief. Ich werde alles besorgen. Du kannst dich auf mich verlassen. Und was tun wir dann als nächstes? Danach gibst du alles in ein leeres Fläschchen, um einen Eiszauber zu erschaffen. Und verwendest ihn auf deine Gießkanne an. Wir sehen uns bald wieder. Nein, wir sehen uns nicht bald wieder. Ich will jetzt endlich das letzte... Moment, lass uns abhängen. Ist auch eine gute Idee. Äh, aber ich will dir erstmal noch was geben. Moment, das war einmal lilafarbenes Sumpfkraut. Bitte schön, damit du schneller levelst. Ja. Ja. Wie geht es dir, meine Liebe? Weiß ich nicht. Lass uns erstmal abhängen. So, ja Merlin, ich weiß, du hast auch noch was übrig. Aua, ich komme hier nicht vorbei. Hallo? Äh, ich wollte gerade sagen, warum... Äh, warum ist Ariel jetzt hier gerade durch meinen Zaun gelaufen? Aber da war tatsächlich eine offene Spalte. So, leeres Fläschchen. Ähm, ich habe doch noch leere Fläschchen, oder nicht? Moment, eisige Verzauberung. Haben wir denn alles? Wir haben direkt alles hier. Wunderbar. Perfekt. Ähm, ähm. Habe ich das nicht gerade hergestellt? Oder heißt das so viel wie, ich muss es noch anwenden? Achso, ja, benutze den Gegenstand. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Okay. Benutzen. Okay. Hat er jetzt schon alles auf die Gießkanne drauf gemacht? Weil das sah jetzt eher so aus, als ob die das irgendwie... Als ob die das geschluckt hat oder so. Keine Ahnung. Gut. Wir werden einfach mal gucken. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil ich seit Monaten versuche herauszufinden, wie man diese dämlichen Feuer löscht. Und dann habe ich es irgendwann mal gehört. Was war jetzt die Gießkanne? Moment. Äh. Ich habe schon länger nicht mehr... Ja, genau. Die zwei. Ähm. Was kommt denn da raus? Glas. Oh. Cool. Glas war, glaube ich, ziemlich teuer, oder? Und Geld. Geld ist auch immer gut. Sehr schön. So. Ja, wir reden. Glückwunsch, Kindchen. Es hat funktioniert. Es gibt jetzt kein Feuer mehr, das die Stimmung vermisst. Aber irgendwie ist es dunkel und trist. Ja, es könnte gefährlich sein, so herumzulaufen. Meine Güte, du hast recht. Wir wollen ja nicht, dass jemand bei einem Spaziergang durch das vergessene Land stürzt. Aber da können wir vielleicht Abhilfe schaffen, meine Liebe. Wir brauchen Lampen, Wege und Sitzmöbel. Mit diesen Dingen, das wirst du schon sehen, wird es sicher und gemütlich, herumzugehen. Das überlasse ich dir. Schließlich hast du auch den Rest des Dorfes wunderbar auf Vordermann gebracht. Bis bald, meine Liebe. Ich bin mit Merlin verabredet. Wir haben viele Jahre des Teetrinkens und Plauderns nachzuholen. Ich bin sicher, dass ihr nur das nachzuholen habt. Bis dann. Viel Spaß. So. Was ist denn das hier? Ist das jetzt hier normales? Ach, jetzt stellt die sich mir nicht wirklich in den Weg, oder? Das kann ich entfernen. Ach so, das wird wahrscheinlich ein Neuquest sein, oder? Diese komischen Ranken hier wegzukriegen. Ähm, gut. Was müssen wir jetzt genau machen? Sitzmöbel, Außenbeleuchtung und Wege. Sitzmöbel. Haben wir alle nur ein... Ne, die haben wir mehrfach. Nehmen wir doch die. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich bin mir nicht sicher, ob es vier oder fünf waren. Aber ich mache die dann ja eh wieder zurück. Ähm. Ich glaube, ich musste vier hinstellen von der Beleuchtung, oder? Das ist doof, weil ich nicht so viel habe. Natürliche Steinfahrt. Kopfsteinpflaster. Das ist, glaube ich, Kopfsteinpflaster, was hier ist, oder? Hallo? Ich möchte das einfach nur da dran machen. Ist das denn so schwer? Anscheinend ja. Ich kann es nicht ziehen. So, das sind jetzt vier. Hallo? Hat er das jetzt reingesetzt? Er hat es reingesetzt. Endlich. Ähm. Ach, 25. Oh, nee. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe doch nicht diese, diese Steine, die hier drin sind. Das ist doch doof. Ja, eine Außenbeleuchtung fehlt mir auf jeden Fall noch. Also, fünf von 25 habe ich noch. Also, sprich, 20 müssen wir noch machen. Moment. Wir haben auch noch so viel. Ich hoffe, die können wir dann auch später wegmachen wieder. Oh, Leute, wo kann ich das denn setzen? Ist das euer Ernst jetzt hier? So, eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, neun, zwölf, dreizehn, fünfzehn, fünfzehn, wo können wir nicht hin? Sechzehn, siebzehn, achtzehn. Mehr können wir nicht machen. 19, 20. Theoretisch müsste das jetzt... Ja, das reicht genau. Aber ich brauche noch eine Außenbeleuchtung. Moment, dann... Äh, wieso kann ich hier nicht einfach... Mhm. Machen wir die Gießkanne weg hier. So. Dann, ja, eine Außenbeleuchtung. Kann ich mir denn eine craften oder sind die zu teuer? Das ist jetzt die große Frage. Mhm. Außenbeleuchtung, Außenbeleuchtung. Das ist auch noch Topaz. Hm. Finde ich halt nicht so toll, ne? Tourmalin, ne, das ist auf jeden Fall zu teuer. Smaragd, Saphir. Ja, von dem habe ich auf jeden Fall am meisten, würde ich sagen. Stell mal davon einfach mal eben schnell eine her. Das muss ja nicht schön aussehen. Es muss halt einfach nur, ne, zur Quest passen. Ähm, es wird eh alles wieder weggemacht, weil ich das ja eh komplett anders haben will. Dementsprechend ist mir das jetzt auch egal. Ähm, ach so, hätte ich eigentlich auch da stehen bleiben können, ne? Aber ich wollte die Außenbeleuchtung eigentlich so ein bisschen zusammen haben. Damit wir die dann auch wieder wegmachen können. So, das einmal so, zack. Aufgabe erledigt. Wo ist sie denn? Die gute Fee? Oh, oh, oh. Meine Liebe, ich habe gesehen, wie schön du das vergessene Land hergerichtet hast. Dann hat sie die Augen so geholt. Du hast viele Talente und du bist sehr kreativ. Ich bin sicher, dass die Dorfbewohner das vergessene Land jetzt genauso genießen werden wie ich gerade. Aber die Arbeit ist noch nicht vollendet. Ich muss dir noch etwas zeigen. Etwas, das von den Flammen bedroht war und das du gerettet hast. Folge mir. Ja, bitte. Oh, sie hat auch ein kleines Beet. Äh, jetzt. Hallo, Kind. Hier, das ist es, was ich dir zeigen wollte. Das ist ein, naja, sagen wir, es ist ein im Entstehen befindliches Wunder. Natürlich brauchen selbst Wunder ihre Zeit. Weißt du, eine gute Fee zu sein bedeutet nicht nur zu zaubern. Manche Dinge muss man auch ohne Zauberstab schaffen. Und dank dir, Gameplayerin, können wir nun vor den Flammen schützen. Sehr gern geschehen. Vergiss nicht, für einen Menschen in deiner Lage ist Gutmütigkeit gar keine Frage. Und hier ist ein Geschenk für dich, weil du so nett bist, versteht sich. Und damit verabschiede ich mich, Gameplayerin. Wir sehen uns bald wieder. So, das hätten wir. Auf Wiedersehen. Bibbidi-babbidi-busch. Na, passiert nix? War wohl nix mit abhauen hier. Na gut, dann halt nicht. So, nächste Aufgabe ist gesperrt. Die anderen Sachen hat sie. Sie braucht Level 7. Sie ist aber dabei. Ähm, entsprechend würde ich sagen, dass ich jetzt mal kurz auf Level 7, äh, Ach Quatsch, Level 7, Level 4, was rede ich denn hier für ein Quatsch? Äh, dass ich mal kurz auf Level 4 hochlevel. Sie war ja jetzt kurz, ja, kurz vorm Ende von Level 3, glaube ich, ungefähr, ne? Ich gucke nochmal eben schnell nach. 3. Oh, sie hätte nur noch eine Kleinigkeit im Endeffekt gebraucht. Na gut. Ich mache noch ein ganz klein wenig Gartenarbeit mit ihr. Ich kann mich hier gerade gar nicht verabschieden, weil ich hier irgendwie nur gegen den Baum schaue. Ich mache noch ein klein wenig Gartenarbeit mit ihr. Und dann werde ich ein neues Video machen. Und da werden wir dann sehen, was sie noch für eine Aufgabe für uns hat. Ich sage dann mal bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren. Vielen Dank für das everything. Vielen Dank. Vielen Dank.